Liebe Weinfreunde, heute möchte ich Ihnen die neueste Kreation aus unserem Wein- und Sektgut A. Diel aus Edelsalm vorstellen. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten steht der Name Diel für hochwertigen Winzersekt, der ausschließlich nach der rationellen Flaschengärung hergestellt wird. Und wir produzieren selbst und lassen nicht versekten. Mindestens zwei Jahre reifen die Sekte auf ihre Feinhefe, bevor sie handgerüttelt und dekuschiert werden. Was ich Ihnen heute präsentiere, ist unser Pinot Brut Natur, die hohe Kunst in der Versektung. Beim Brut Natur ist es so, dass mit der Fülldossage keinerlei Süße dem Sekt zugegeben wird, sondern ausschließlich ganz trockener Grundweinverwendung findet. Gerade mal noch zwei Gramm Rest Süße hat unser Pinot Brut Natur. Das setzt an den Grundweinen sehr große Voraussetzungen, denn er muss eine solche aromatische Fülle und Substanz mitbringen, um den Sekt nicht sprödelegen zu lassen. Probiert man ihn im Glas, zeigt sich ein wunderbar komplexes Aroma nach reifem gelbem Apfel, nach gerösteten Pinienkernen und frischen Wiesenkräutern. Am Gaum hat er eine wunderbare Lebendigkeit, einen sehr schönen Schmelz und ein langes, feinfruchtiges Finale. Probieren Sie einmal zu Datteln im Speckmantel oder einfach als Aperitif. Wir glauben, er wird Ihnen gefallen. Zum Wohlen die Pfalz.